Wir befinden uns in einer ganz normalen Vanilla-Minecraft-Welt. Nein! No! Denn alle Tiere droppen nur noch OP-Sachen. Wir reden hier wirklich von Diamanten, Netherite, Gold, Smaragde, Totems der Unsterblichkeit, Schilde. Was haben wir noch, Alter? Aber hier war alles mögliche, Leute. Verzauberungstische, Sachen zum Tränkebrauen und, und, und. Das heißt, heute werden wir uns so OP ausrüsten. Wir haben es vielleicht noch nie gemacht, aber am Ende gibt es ein Battle. Das heißt, Aufgabe ist, erst mal eine positive Bewertung dazulassen, wenn euch das Video gefällt. Robbe Robinho hat das für uns extra programmiert, Leute. Das gab es auf YouTube noch nie. So. Oh, da sehe ich ja direkt schon was. Ähm, Idina, nicht da ist nix. Du siehst da gar nix. So. Also, auf die Plätze. Fertig. Los. Go, 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 go. Also, falls jetzt man das nicht gerafft hat. Man muss möglichst viele Mobs töten. Und dabei ist es völlig egal, ob das ein Creeper ist, ein Enderdrache oder ein Fisch oder ein Schaf. Die droppen nicht die normalen Sachen, die sie droppen. Die droppen OP-Essen, OP-Rüstung, Tools, Werkzeuge, alles mögliche. Und mit Hilfe von dem Kram muss man sich ausrüsten, um am Ende des Battles, wir haben 22 Minuten Zeit, beziehungsweise 21 Minuten jetzt noch, äh, zu fighten. Man, aber, aber, oh, ups, ich habe gegen die Regeln verstoßen. Wieso? Was, was sind denn die Regeln? Ja, ich darf, man darf nichts abbauen, halt. Ich habe erstmal Holz abgebaut. Oh, Mann, ich habe auch die ganze Zeit verbraten. Egal, denn das Wesens ist fair. Ich habe erstmal Holz abgebaut. Man darf natürlich nur Sachen nehmen, die Mobs droppen. Gönn. Gönn. Hey, du gönnst überhaupt nicht, weil du schwimmst weg, Alter. No, ich habe einen Dreizack. Als ob du direkt die beste Waffe gekriegt hast. Hey, der backt jetzt da in diesen Block, Alter. Und ich darf den Block nicht abbauen. Alter, wenn das ist so cool, ohne Witz. Es ist gar nicht cool, weil ich kriege hier nichts. Oh, da hast du halt Pech gehabt. Guck mal, ich habe sogar schon eine Rüstung, Alter. Ja, ich habe nur nichts. Na, man braucht erstmal, na, du hast ja direkt einen Dreizack. Man braucht natürlich eine Waffe schnell, damit du die, ich habe einen Holzblock gekriegt, Alter. Klar, ist zwar auch wichtig zum Craften, aber, aber ich hätte jetzt dann doch lieber irgendeine Waffe vielleicht. Irgendwas? Oh mein Gott, ich habe noch hier. Ein Stein. Als ob du so kriegst, du so stuff, Alter. Ich habe einen Stein und ein Holz. Ja, moin, ich sehe dich dahin. Alter, ich habe einen so einen Eisenblock. Guck mal, was habe ich hier? Ich habe ein Steinschwert nochmal extra oben drauf. Eine Heubalen, okay, das ist cool. Das ist cool, haben wir schon Essen. Weil die Tiere droppen jetzt natürlich kein Essen. Ich muss ehrlich sagen, das ist, das Wasser regt mich übelst auf. Ich hätte gleich abbrauchen, glaube ich. Aber erst mal brauche ich noch einen Smaragdblock. Ja, moin, Alter. Das ist zwar auch OP, aber bringt mir natürlich eigentlich gar nichts. Ja, heute nix. Nee, Mann. Ich habe zwei Bögen schon bekommen. Eine Axt, wichtig, wichtig, wichtig. Oh, die Axt ist sogar, wie viel Damage hat der in Dreizack? Oh, eine Lederkarte. Was habe ich da? Lol, nether right Helm einfach. Junge, ist das lächerlich. Was hat der gedroppt? Mein Meisterkart hat neun Schaden. Ja, Axt ist wirklich OP. Meisterkart hat nämlich auch neun. Ohne Hacke, nice, braucht man immer. Nicht. Wir haben auch gerade eine Hacke bekommen. Zwei sogar. Diamanterz. Ja, okay. Kartoffelnofen, Kartoffeln-OP. Okay, wir pfeifen jetzt mal drauf. Ist so nice, Alter. Ist cool, ne? Aber mir bringt ja das Weizen gar nichts. Weil ich habe kein Holz für eine Werkbank. Also ich habe ein Holzbrett. Man kann aber auch Holzblöcke kriegen. Ja, aber die richtig heftigen Sachen. Also klar, man braucht natürlich volle Rüstung. Diamanter. Oh, ihr seid echt auch im Ozean. Man braucht natürlich volle Rüstung, das ist ganz klar. Aber so die richtig heftigen OP-Sachen sind natürlich Tränke und Verzauberung. Oh mein Gott, Alter, ich habe einen OP-Goldapfel einfach bekommen. Verrottetes Fleisch. OP, ein OP-Goldapfel? Ja, ja. Ey, wieso kriegst denn du so heftiges Zeug und ich kriege nur Müll? Netherite-Block, wichtig. Es ist einfach ein Prank in deiner Aufnahme, denn. Nein, ich kann mir ziemlich sicher sein, dass das nicht ist. Ohne Diamantose. Neh mal. Das brauchen wir eigentlich nur nach diesem Schmiedetisch. Dann können wir uns auf jeden Fall schon mal ein bisschen Netherite machen. Netherite-Axt ist auch schmackotastisch. TNT. Jetzt geht es los bei mir auch. Ja, jetzt geht es los, Alter. Jetzt hast du nichts gewählt. Ohne nochmal, habe ich schon. Was ist das gewesen? Ein Goldbarren, okay. Aber wir haben noch kein Totem. Heftigstes Item ist ja eigentlich ein Totem. Mann, bleib stehen, Kollege. Ja, okay, komm. Ich lasse dich leben. Oh mein Inventar ist voll. Bitte, was? Oh, hier ist schon die Border. Ach du heilige. Leute, das sieht Stand jetzt ganz, ganz, ganz mau aus. Aber ein Diablock kann alles changen. Problem ist, ein Diablock bringt dir natürlich auch erst was, wenn du vier Holz hast. Oder ein Holzblock. Leute, oh schade. Ich habe einen Diahelm bekommen, aber dabei habe ich schon einen Netherite. Bleib stehen. War das ein Goldnack? Ein Goldklumpen. Was soll ich damit? Mö. Oh, Moinsen, 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 mein Guder, mein Guder. Gön. Obsidian. Oh, Leute, ich habe einen zweiten Netherite Helm. Überleg mal in, man geht ins Nether. Da sind ja sau viele Mobs. Das war ein Nether Barren, aber... Vor allem, die kommen alle zu dir. Ja, das ist wirklich OP, aber du wirst halt... Du müsstest halt eigentlich so... Oh, ein Diarschwert. Du müsstest halt eigentlich so ein zerstörtes Portal finden. Und dann vielleicht mit ein, zwei Obsidian, wenn du Glück hast. Oh, Alter. Och, meine, nicht brauchen wir wohl. Bringt mir ja gar nichts. So, hier, College. Goldhelm. Alter, wie viele Squids sind denn hier, bitte? Och, Manni, Lina. Was denn? Das ist nur so viel Glück, ey. Oh, eine Fledermaus. Nice, die hat auch gedroppt. Lol. Wie cool. Oh, ich bin gestorben. Aber es ist nicht so wild. Da waren sau viele Monster. So. Netherite Axt habe ich auch bekommen. Ja, aber ich habe... Hast du auch einen Diablock? Nee, aber ich habe einen Netherite Block, aber... Ich brauche... Ich brauche... Ich brauche... Ich brauche... Ich brauche... Ich brauche sogar Holz. Ich bräuchte wirklich einen Diablock. Und dann noch Eisen. Bisschen... Ich brauche noch viel, Alter. Aber wir haben ja auch noch Zeit. Alles gut, Leute. Alles gut. Eine Holz-Axt habe ich auch. Ich weiß nicht, ob ich die brauche, aber... Holz halt nicht erlaubt. Oh, da. Wichtig, wichtig. Komm her, mein Guder. Komm her, mein Guder. Ein Barriere-Block habe ich gekriegt. Ein Schild ist extrem wichtig. Schild ist abnormal, OP. Ja, stimmt. Witz an der Melone. Witz an der Melone. Das wäre für einen Trank. Ich weiß aber gar nicht, ob wir Zeit haben für einen... Aber wir müssen einen Trank Zeit haben werden. Weiter, aber... Noch... Noch habe ich hier keine. Oh, boah, das ist schon mega nah, Alter. Was heißt Zeit? Du brauchst halt... Alter, ich habe den dritten Netherite Helmet inzwischen schon. Man braucht ja auch erstmal überhaupt einen Brauchstand, um überhaupt... Ich habe einen los. Ehrlich? Ja. Na, solltest du vielleicht überlegen es so nutzen. Das ist mal Rackblock schon wieder. Danke für absolut nichts. Okay. Naja, also... Ein Diablock wäre jetzt halt erstmal wichtig, damit wir uns zumindest eine... Oh Gott, was geht denn hier ab? Zumindest eine Brustplatte und Schuhe machen können. Eisenhelm ist eine Verbesserung. Nehmer. Eine leere Glasflasche. Ja, wir werden glaube ich... Tränke braun wird... Das wird nichts, Leute. Das sage ich euch jetzt schon. Vielleicht nochmal eine Höhle. Das war schon sehr krass, was wir da hatten. Eine Netherite Brustplatte. Oh, Game Changer, Alter. Game Changer. Ja, das war ein extrem wichtiger Drop tatsächlich. Oh, ich habe irgendwas bekommen hinter dem Horizont. Geht es weiter? Was ist das? Elytra, oder? Ich habe for real die Elytra. Das ist zwar... Bringen wir zu einem Kampf jetzt nicht so viel, aber... Bücherregal, ja, zum Verzaubern. Was war das? Oh, was zu essen. Bist du dir wirklich sicher, dass du den Eimer nicht mitnehmen willst? Dann glaube ich dir den. Ne, will ich nicht. Ja, ganz ruhig nehmen. Jetzt soll man hier noch so rumliegen. Ja, ich weiß, vielleicht braucht man das. Jetzt wird es Nacht, Idina. Jetzt werden nochmal die Karten neu gemischt. Ich sortiere mal mein Inventar aus. Habe ich doppelt. Behalt dich mal, wer weiß. Brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Brauche ich nicht, brauche ich nicht. Brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Brauche ich nicht, brauche ich nicht. Barrier-Blogger, behalte ich mal. Hey, nein. Schmeiß den weg. Hey, warum? Zauberungstisch, Alter. Oh, na. Du brauchst aber Lapis. Hast du aber Lapis? Ja, hab ich ja. Halt, stopp. Jetzt kannst du halt for real verzaubern. Das ist halt auch nochmal extrem heftig. Alter, die Border ist schon absolut klein. Vor allem, weil ich halt die ganze Zeit Level gesammelt habe, Alter. Hä? Ja, moin. Netherite, Alter. Alter, die hat doch mir halt ein Eisenschwer, oder? Das ist ja. Nicht explodieren. Ja, danke. Danke. Jetzt habe ich alle drei Eimer gehittet, ehrlich jetzt. Sterben die denn nicht? Ach, der ist gestaunt. Irgendwas brauchbares. Das ist eine Netherite-Spitzhacke, Alter. For real? Oh, Diaschuhe, extrem. Ich habe auch einen Dreizack. Ja, du kannst halt verzaubern, Alter. Das ist halt krank. Ich brauche unbedingt Eisen. Okay, wir haben das hier. Das ist ganz wichtig. Okay, das kann weg, kann weg, kann weg. Wir machen uns mal kurz ein bisschen Essen. Bam, bam. Okay, nice. Das kommt alles nach oben. Das kommt da hin. Den brauchen wir auch nicht. Den brauchen wir auch nicht. Brauchen wir auch nicht. Ich höre einen Zombie. Okay, was brauche ich noch? Was brauche ich noch? Eisen wäre wichtig. Dias habe ich nur ein. Okay, das heißt, gut. Also Verzauberungstisch wäre saugeil. Lapis, Verzauberungstisch brauchen wir auf jeden Fall. Totem. Totem wäre heftig. Totem haben wir beide noch nicht, ne? Äh, ne, haben wir nicht. Ja, gleiches Ende. Gleiches Ende. Das musst du jede Sekunde Ende sagen. Ja, du hast besseren Stuff. Ende. Ich fasse zusammen. Ich habe eine, also du hast, hey, wieso hast du deine Axt nicht verzaubert? Ich habe es nicht mehr geschafft. Ach so, der ist weg. Der Versauberungstisch war aber dann weg. Okay, wir haben die gleiche Waffe. Wie viele Rüstungspunkte hast du? Mir fehlt ein halber. Mir auch. Okay, gleiche Rüstung, aber du hast besser, weil du hast zwei verzaubert. Okay. Das heißt, du hast minimal bessere Rüstung. Dafür hab, du hast aber noch einen OP Goldapfel. Jo. Okay, das heißt, einen Kampf hast du safe gewonnen. Wir machen Best of Three. Äh, ansonsten hab ich, was hab ich noch was? Na, ich hab gut Essen. Ich hab gut Essen. Und ich hab einen Lava-Eimer. Und einen normalen Goldapfel. Stabil. Stabilo. Drei Leben. Auf die Plätze. Fertig. Los. Ja, komm, iss dein Scheiß. Ich könnte natürlich den Move machen jetzt, ne? Aber du bist Ehre. Hä? Wieso krieg ich Schaden? Wieso kann ich nicht mehr blocken? Jetzt geht's plötzlich nicht mehr. Haben die daran was gepatcht? Ach, die haben das, weil das eine neue Version ist. Die haben das schwächer gemacht. Oh, das war abnormal knapp. Abnormal. Nächste Runde direkt? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Scheiße, das war lost. Das war lost. Oh, lol. Lost, Alter. Okay, zwei... Verdammt, du führst ja. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh mein Gott. Nein! Oh, das ist... Ey, wir müssen den Kampfplatz größer machen. Das ist so eng, Alter. Du kannst doch überhaupt nicht ausweichen. Du kannst ja nichts machen, Alter. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst ein Like da. Wir sehen uns morgen noch dran, euer Benson. Tschüss. Ciao.